Da streiten zwei Mächte in mir. Einmal die Fraktion, die sagt, live fast, die young. Und ein anderer mal die Fraktion, die sagt, mach weiter. Einfach so, werde ich 100 Jahre und sei klug wie die Taube und listig wie die Schlange. Diese beiden Dinger, die streiten sich da. Ich weiß nicht, wer die Überhand gewinnen wird letztlich.